So, wir sind hier gerade beim Rob im Keller und machen die Vorproduktion fertig. Wir sind schon seit drei Tagen dabei, also ich nicht, die anderen sozusagen. Ja, wir können ja mal gucken hier, so langsam stellt sich der Lagerkoller ein. Das ist der Chris, der hat schon gar keinen Bock mehr. Das ist der Lukas, der hat sowieso nichts gemacht. Und da hinten sitzt noch Bernd und unsere Band-Dame. Das ist voll erspannend. Ein paar Gründe, sorry. Ich bin nicht falsch. So, ich sehe ihn. Gesicht, Gesicht. Megadong. Gesicht, Gesicht, klatsch, klatsch, klatsch. Megadong. Disharmonie. Okay, also von mir aus, ich gebe dir den Einstieg von den zwei Gitarren, ja? Genau. Er ist entspannt, er ist tiefenentspannt. Wir können dazu beitragen, seinen Seelen heil zu verbessern. Oh, Mach ein Bild von mir! Ein Video, du Spaß. Ah, das war mir schon fast klar. Mach ein Bild von mir, das war mir schon fast klar. War mir voll klar! Spaß! Das ist der Fx-Chain voll in Ämpt, ein Kompressor, ganz normal. Sobald schon einfach unangestellt. Guck mal Kompressor und dann gucken wir noch einen Bickel. So ist die Sitzung der Lukas, der Dekoller hier. Schöner, super Samstag. Oh, toll. Kannst du das nicht machen? Ne, 50er nicht. Das ist super. Scheiße! Das kriegst du dann. Pass mal raus. Was soll ich denn machen? Alter, mein Teil ist Spaß. Okay, komm. Was soll ich spielen? Was soll ich spielen? Nix, du sollst was sagen, Mann. Was soll ich sagen? Ich bin der Scheinzeuger, hallo. Es ist super, dass alle meine Shirts zu klein sind. Mach bitte weiter. Da ist er. Ich hab mir extra noch nicht gewaschen für dich. Oh, das ist gar kein Widerstand. Natürlich nicht. Ich hab auch keine Muskeln. Das ist alles Schleimhaut. Jetzt. Komm Lukas, versuch mal das Fleck dran aus der Gitarre rauszuholen. Ohne die Gitarre dabei zu schütteln. Ohne die Gitarre zu rühren. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, gesehen ist aber noch nicht draußen. Komm her, du Sau. Nein! Nein! Ja, wir sind hier grad bei der Pre-Production. Geht gut ab. Wir haben jetzt das Intro endlich im Kasten, nachdem wir es nicht geschafft haben, es von einem auf den nächsten Computer zu exportieren. Juhu! Aber dann nimmt Gestalt an und ich sehe, Chris ist begeistert. Ich glaub... Ja, genau. So äußert sich das meistens. Das fängt immer so aus. Das machst du schon wieder? Ja! Ja. Nimmt Gestalt. Ja. Ach, das war so. Ach, Mensch sieht mich gar nicht. Jetzt sieht man mich gar nicht. Oh, jetzt sieht man mich gar nicht. Oh, jetzt sieht man mich gar nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017